Hallo und ein recht herzliches Willkommen auf meinem Kanal. Hier ist mal wieder euer Maxime Bissi-Buch zu euch zu einer weiteren Mod-Vorstellung für den Eurotraxenmonitor 2 in der Version 1.32. Immer noch, wo ich den jetzt hier vorstelle und zwar haben wir heute einen Renault Major. Ich nenne einfach mal so, 63 MB groß und ich weiß es nicht, vielleicht wenn ihr das Video seht, ist schon die Beta vorbei. Okay, warten wir es mal ab. Und ja, ein Franzose. Ich weiß, dass Renault, also die Renault LKWs nicht so beliebt sind bei euch, aber trotzdem gucken wir uns diesen LKW einfach mal an, weil es eigentlich mal wieder was anderes ist und nicht immer diese Standard-LKWs, die wir immer sehen. Deswegen gucken wir mal ein bisschen über den Tellerrand, wenn man das hier so anzieht. Der hier, der ist schon echt lustig. Ja, so, hier haben wir diesen LKW und dann schauen wir mal, was wir machen können. Also am Fahrwerk ist erstmal nichts drin oder besser gesagt am Führerhaus und am Fahrwerk, aber an den Motoren. Und da fällt mir eins auf, wenn ich das hier ändere, ändert sich auch hier die Anzeige. Das muss ich positiv erwähnen. Wie gesagt, man kann auch wieder ein bisschen abstimmen, wie ihr diesen LKW findet. Ich habe es extra auch für diejenigen, die aus Österreich so gemacht, dass ihr bei eins bedeutet gut. So, ja, weil da ist es ja, glaube ich, eine 6 ist, so wie bei uns eine 1. Also in Madrid, da gibt es 6 Mark und bei uns gibt es für eine 1 nur eine Mark. So, einige Lackierungen kamen wir am Start. Wir können auch den Trailer ran machen, falls wir hier selbst noch ein bisschen anpassen möchten. Jetzt die Farben könnt ihr selber noch mal schauen, was zu euch gut passt. Und ich nehme jetzt einfach mal diese Farbe, weil sie so wunderschön ist, machen den Trailer wieder ab und schauen wir mal, was wir machen können. Die Reifen wurden schon geändert, genauso wie die Felgen. Die sind schon alles vorab raufgepackt worden, also brauchen wir ja nichts machen. Hier können wir nochmal sagen, wie schnell wir fahren dürfen. Das ist hier 60 und 90. Dann haben wir hier hinten erstmal alles erledigt. Und wir können hier auch so noch schöne Streifen, wenn wir das möchten, ran machen. Wir können auch hier, ja, ein ordentliches Horn ist auf der anderen Seite dann auch gleich drauf. Ein paar Flaggen, aber das mag ich ja nicht so. Die Spiegel anpassen, erstmal den unten lackiert oder voll lackiert. Und, achso, das ist hier hinten drin, zack, Bildchen. Also ihr seht schon, SESL-Mods werden auch unterstützt. Ihr müsst mal ein bisschen hin und her zwitschen. Dann könnt ihr hier auch nochmal so einen, ja, so einen Schutz, wenn ihr die Scheiben runter habt, ja, und das nicht so viel Windverwirbelung sind. Name könnt ihr hier auch eingeben. Wie gesagt, SESL-Mods werden schon unterstützt. Ihr könnt Schwerlast machen und dann habt ihr hier so eine Flaggen. Naja, passt zu den LKW nicht so richtig. Muss ich sagen, Michelin-Männchen, gut, dann geht das hier ab. Ne, würde ich sagen, wohin mit dem Michelin-Männchen? Überall hin oder einfach nur einen? Dann, ja, Bullenfänger. Naja, sieht doof aus. Was jetzt hier das ist, ACE, wahrscheinlich eine Motortechnik oder halt ein Turbo. Wir bauen Turbo ein, weil damit kann ich ein bisschen was anfangen. Mit dem Lichtsystem, da bin ich noch nicht so zufrieden. Wir können das hier teillackiert machen oder richtig. Hier nochmal so eine Leiste ran. Ne, nicht so mein Ding. Und nochmal Spot Schmutzfänger. Da haben wir hier erstmal schon einige Sachen erledigt. Das können wir auch noch anbauen, wenn ihr es möchtet. Und dann gibt es auch noch eine Klimaanlage. Und hier rundum. Ja, wenn ihr wirklich mit diesem LKW, aber wie gesagt, der hat nur ein 4x2 Fahrwerk. Da könnt ihr nicht großartig Schwerlasten machen. Deswegen machen wir das hier weg und sagen, wir bauen sowas. Ja, hier unten ist noch die Klimaanlage. Hier gibt es dann noch so eine Aussparung. Da könnt ihr das noch machen. Hier drinnen brauchen wir auf jeden Fall ein Navi. Ja, hier oben können wir noch ein Brettchen hinpacken und dann noch ein paar extra Spots hier hinlegen. So wie ihr es möchtet. Hier, bam. Edeltraut kommt natürlich auch wieder mit am Start. Ich warte immer noch, dass da irgendwie mal ein anderer Edeltraut kommt. Aber noch nicht so richtig gesehen. So, gut. Ach hier, den können wir nochmal lackieren. Hier oben können wir auch noch ein paar Klinigkeiten ranbauen. So, und zack. Da haben wir es gemacht. So sieht er aus mit Anhänger. So hier. Mal was Außergewöhnliches. Die Leitungen funktionieren auch. Da würde ich jetzt mal rausgehen. 63 MB, wie ich gesagt habe. Und ich glaube, waren das 60, 70.000, wie er kostet. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet. Könnt ihr ja nochmal gucken. So, hier ist er. Wir machen den Motor an. Vom Geräusch her. Ist das schon gar nicht mal so schlecht. Hier mal rein. Oh, ho, 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 ho. Ja. Der geht schon ordentlich ab hier. Hauen wir hier lang. Ui, 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 ui. Erstmal schön über den Bausteinkanten rüber sprügeln. So muss es sein. Oh, da hinten ist ein Feierabend. So. Ui, 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 ui. Ich würde sagen, dass wir hier Feierabend machen. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Auch wenn der LKW nicht jedermanns Sache ist, kann man sich auch so ein LKW trotzdem mal angucken. Ich sage, ich mache einen Fisch. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.